Guten Tag, ich bin am Start. Wir zocken heute Rainbow 6. Wer kommt raus? Kommt raus. Kommt der Nächste raus. Oben. Und das auf. Rechte Seite 2 Stücken Unser Random ist am Schlafen Abwein Yo, ohne den Einer nach vorne Er von nur die Schuße halten Sei es Oder alle töten Vorsicht, Trinne Abwein Der Raum ist soweit clear Du kannst hier reinkommen, Yannick Ich hab da jemand gehört Ich bin hier drin Ich wusste, ich hab da gehört Der liegt da in einer Ecke Letzter in meiner Claymore Einwurfer Hab nen Bug Ich hab irgendwen, ich weiß es nicht Boah, ist das noch reingelaufen Boah, ich hab ein bisschen lag gerade Alter, ich hab grad 1400er Pingen What the fuck ist mit meinem Ping los? Mein Ping, was hast du da aus? 2000 2000 oder? 2200 Kann man auch machen, ne? Alter, was ist hier wieder los, ey 4000 4000 4000 Wieder nochmal Und ich wurde gekickt Wunderschönen guten Abend Die Damen und Herren Ähm, ich hol mal kurz meinen Bieröffner Allein für nen Bieröffner Was ist das denn? Heißt das nicht eigentlich Flaschenöffner? Nein, Anni hat nen Bieröffner Ja, der ist nur für Bier Normale Weiß ja nicht Normale ist wahrscheinlich zu easy, oder? Hart ist die Mittel, ich nehm die Mittel Nimm mal die Mittel, oder? Wir sind ja keine Vollnubs Ei, Anni! Wie wirft man Granate, Mann? Keine Ahnung, hat man Granaten? Ich bin tot Warum ist das Spiel so schwer? Könnt ihr mir das mal erzählen? Nein, wir sind tot Nein, wir spielen es das erste Mal Wieder lange, wir sind alle sofort gestorben Was ist das denn? Ich bin auch tot Ich bin auch verletzt Help! Wir sind wieder alle tot I need help! Kann man es einfach erstellen? Ja, Manu, mach mal einen leichter Im Spiel gibt es ja noch kostenlos, ne? Gehen wir auf normalen Ah, der Kalle macht das Wie denn, ey? Scheiße, jetzt hat mich direkt der Große auch Ja, dann bist du auch drin Wie können wir den ja besiegen, diesen Großen? Weiß ich noch nicht Müssen wir rausfinden Das ist vielleicht der Sinn des Spiels Ja Ja, ich bin von dem Scheiße Wie soll man das denn schaffen? Mach mal noch ein leichter Ja, ich mach mal easy, mal gucken Das ist schon ein bisschen traurig, aber naja Ja irgendwie schon Ja Aber es kommt hier kein Dicker mehr anscheinend, oder? Doch, da ist er Da ist er Ah, und er hat mich Ich Wollen den Zugkörpern Okay Hey, erste Mission geschafft Nice Alter Bam, bam Es ist der Einzig Wahre Der Verschollene Er ist wieder da Dirty D Applaus Zwei Wochen lang war ich weg Nun bin ich wieder da Für euch am Start Ja, heute spielen wir einen richtigen Klassiker Von der Playstation 3 Aus dem Jahre 2010 Den schweren Regen, oder den harten Regen Heavy Rain Ja Ja, ja, will ich jetzt einen weg schenken Ist ja wohl klar Jason, du darfst nicht einfach so weglaufen, weißt du? Hier drin sind zu viele Leute Bitte Dad, kann ich einen haben? Ich hätte so gerne einen Bitte, Dad, komm Okay, wir kaufen einen Ball auch Stimmt so Du bleibst hier Ich hole ihn Gehen sofort zurück Ist doch da Jason Du stehst und hier ist los Hä? Was? Jason Jason Der Vater des Jahres Ding! Leg das Geld auf den Tisch Du hast 10 Minuten Wenn es klingelt Ist es vorbei Okay? 10 Minuten für eine Minute Das ist aber wenig Zeit, ey Oh, schau auf! Oh, das hat gez... Geht zu machen Zack Batz Batz Feuerarmt jetzt hier Wir sehen uns nach... Arschloch Wird ganz nach Regen aus Wir sollten gehen Okay Okay Hey Dad, kann ich bitte mit den Karussell fahren? Darf ich? Klar Such dir ein Pferd aus und steig auf Ich hole die Karte Einmal 1 Dollar Let's go Oh, dann machen wir so einen Blackout Schauuuuun Schauuuun 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 Die Nudde. Nee. Die Frau. In unserem alten Haus, oder? Ist das jetzt die Frau? Oder ist das die Nudde? Da war jemand. Das haben wir ganz genau gesehen. Da ist jemand. In unserer Wohnung. Warum legt hier Stroh? Warum hast du ne Maske auf? Damit ich dich vergewaltigen kann. Zwei? Oh, jetzt geht's ab zur Sache hier. Wir sind schon mal im Bett angekommen. Das ist ja das dümmste, was man machen kann. Sich im Badezimmer einzusperren. Da ist noch einer. Ja, tja. Ah, war noch ein Albtraum. Interessant. Interessant. Vollgekackt. Eingekackt. Dann machen wir mal einen ganzen Flaschenkel 43 und Milch für die Hausmann-Heierchen machen, ne? So. Heierbett. So. Tut mir leid. Willst du weiter schaukeln? Hm. Tut mir leid. Sauber. Willst du weiter schaukeln? Warum geht das nicht? Willst du weiter schaukeln? Ja. Ich möchte weiter schaukeln. Ja. Warum geht das nicht? Wie geht das denn? Ich bin der Kindermeister Nummer 1. Nur der Opa ist anscheinend zu unfähig dafür. Herzlich Willkommen zum Baby-Schaukel-Simulator 2020. Sie haben hier viele neue, zahlreiche Features. Und zwar können sie das Baby nach links und nach rechts schaukeln. Und dann müssen sie es in die Wiege legen. Aber leider ist das Spiel da verbuggt und funktioniert einfach nicht richtig. So meine Freunde. Ich sag gute Nacht. Denn es ist müde. Denn es geht in eine Heier. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Tschüss. Hi. Euer Stevie Steve-Man am Start. Wenn ihr Bock habt auf rasante Action mit Malle. Und eher Baby-Schaukel mit Dennis. Dann abonniert den Kanal. Lasst ein Kommi da. Gebt einen Daumen hoch und besucht die Jungs auf Twitch. Auf und out.